Miene Bummeshalle und Haupthaus, so Also wenn wir wieder mit Orcs spielen, sind wir ein bisschen besser gerüstet Lagerkommandantin Sveara Hm, bewacht das Lager hier oben Hier haben wir Eisen und hier haben wir Steine, die wir als Für die Dunkelelfen brauchen Wie weit können wir die Dunkelelfen eigentlich im aktuellen Stand Machen? Ah, sehr weit eigentlich Und ja, da ist schon mal ein Lager Dann halten Männer Das sieht aber wie ein kleines Lager aus Es ist nur die Frage, ob es mit dem oberen Lager verbunden ist Ich schätze mal ja Dann gucken wir mal noch kurz in die Richtung Was wir dort sehen Es ist nämlich die gute Frage, ob das Lager da oben dann abgeschlossen ist Oder ob es hinter dem Lager weiter geht Oder ob von hier Gegner kommen können Also ja, von hier können auf jeden Fall Oger kommen Und ja, so wie es aussieht, geht es hier auch überall weiter Also sollten wir uns von dort auch verteidigen können Nachher eher als von hier oben, denke ich mal Dann werden wir alles sehen Den Anfang werde ich wohl nur mit Assassinen machen können Wenn Eis das einzige ist, was ich habe Was ist denn da? Okay, dann starten wir mal die Büchse der Pandora. Was verlangt auch ihr? Okay, von Norden kommen schon mal. Speer. Alles war nicht schon da. Ja. Ich bin unwürdig. Zum Glück sind für uns selber die Orks jetzt nicht so das Problem. Ja. Ja. Wie kann ich dienen? So, das kleine Haupthaus kostet 110, Steine auch noch. Bäh. Alles was ihr wünscht. Habe ich überhaupt Verteidigungsgebäude? Wie kann ich dienen? Ich habe keine Verteidigungsgebäude. Schön. Ich bin unwürdig. Das auch noch. Das ist leicht. Okay, von da kommt jetzt auch ein Kämpfer. Was zur Hölle? Ja. Die Linien müssen halten. Meister, das Gebäude ist fertig. Habt Geduld, Meister. Ich gehorche. Okay, Beilogre. Ein Kollenogre. Ohne einen Krieger zu mir. Das ist ein Hinterhalt. Gut. Das ist leicht. Ach ja, die Schmelze war ja riesig. Das ist leicht. Das ist leicht. Das ist leicht. So, ne Pilzform errichten. Ja, Meister. Hier bin ich, Meister. Dann errichten wir auch gleich schon mal eine erste Schmiede. Meister, das Gebäude ist fertig. So, ne Pilzform brauchen wir. Danke. Alles was gibt, schon da. So, noch eine Schmiede. Ruhig hier hin. In der Richtung ist ja noch Platz. So, noch eine Schmiede. So, noch eine Schmiede. So, noch eine Schmiede. So, noch eine Schmiede. So, ich denke mal mit 20 Assassinen sollten wir das Lager eingerissen kriegen. Das Gebäude ist fertig. Ja, bis wir bei Wohrim sind Krak Bei Krak Das sind die Orks hier So, rufen wir gleich nochmal die letzten fünf Die können wir dann nämlich schon ein mittleres Haupthaus errichten mit dem Stein, den ich habe Ja, werden wir auf genug Eisen warten Ich bin unwürdig Verstanden, Meister Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Untertitelung des ZDF, 2020